Yo, es geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es schon richtig im Titel gelesen. Eine Nacht im Cristiano Ronaldo Hotel, Leute. Und wo bin ich? Ich bin in Lissabon. Ich bin gerade angekommen mit dem Flugzeug. Ich bin auch absolut verschlafen, Digga. Ich habe nur drei Stunden oder so gepennt, Digga. Ich sehe aus wie der größte Penner. Ihr kennt mich ja, ich wäre kein Messi-Fan, wenn ich nicht etwas machen würde, ja. Das werden wir dann gleich sehen, wie ich ins Hotel steppe. Wir haben leider belastendes Wetter erwischt. Man sieht es, glaube ich, auch schon im Hintergrund. Es scheint nirgends, die Sonne ist alles bewölkt. Aber wir können ja vielleicht noch eine Stadion-Tour oder so machen, auch spontan. Oh, ich hatte schon Bock auf ein Eis, ne? Pestana, Cristiano Ronaldo Hotel. Ab, est-ce no c'est. Das ist auch mein erstes Mal in Portugal, Freunde. Portugiesisch kann ich leider nicht, nur Spanisch und Englisch und so. Kein Wort verstanden, was er gerade gesagt hat. Ich glaube, er kidnert mich. Wir sind auch schon vor Ronaldos Hotel, Leute. Pestana, CS7 Lifestyle Hotel. Es piezelt sogar gerade leicht, Leute, aber die Sonne scheint gerade. Auf jeden Fall, so sieht das Hotel von außen aus. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Ich glaube, Ronaldos hat einfach ein altes Hotel gekauft und ist von innen komplett neu gemacht und restauriert. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt echt machen oder soll ich es nicht machen? Soll ich das jetzt echt bringen, Digga? Ja, ich mach das. Leute. Ja, die Leute, guck mich hier an, Alter. Frachter-Type. So. Ja. Ja. Schauen wir mal, wie die reagieren werden. Ich bin echt gespannt. Messi-Trikot ist am Start. Jetzt gehen wir rein. Kaum habe ich Messi-Trikot anfängt, es ja richtig hart anzuregnen. Komplett an der Kammer hier rein. So, Leute. Ab ins Hotel. So. Ich bin einfach der erste Leute, der sich trauert, hier mit Messi-Trikot reinzugehen, sagt der Rezeptionsmann. Ich habe auch schon meine Hotelkarte bekommen. Ich habe echt ein gutes Zimmer erwischt, meinten die. Ich habe einfach richtig Glück gehabt in der oberen Etage. So sieht hier der Lobby-Bereich aus, Leute. Da hinten ist auch schon eine kleine Vitrine von Ronaldo. Habe ich euch eben gezeigt. Die mussten alle entlachen. Bruder, ich habe einfach genau die gleiche Lampe bei mir in der Wohnung. 1 zu 1, die gleiche Lampe. Das Frühstück werde ich aber wahrscheinlich nicht genießen können, weil ich schon morgen um 7 Uhr früh zurückfliege. Und ich muss wahrscheinlich schon bestimmt um 5.30 Uhr im Flughafen sein. Hier gibt es bestimmt auch mal ab und zu Live-Musik und so. Am 2. Oktober 2016 wurde das Hotel gegründet. Boah, Digga, hier sieht es ja endnice aus. Hier erstmal ein Menü-Shirt von Ronaldo mit Unterschrift von ihm. Geil. Kann man bestimmt geil Fußball gucken am Abend. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal aufs Hotelzimmer. Socken, Unterhosen, Parfüm. Man kann alles hier kaufen von Ronaldo. Da ist er, der Cristiano. Ich muss sagen, er hat schon echt geilen Geschmack hier im Hotel. Mein kleiner Spaß, Leute. Auch als Messi-Fan muss ich ehrlich sagen, ich feiere Ronaldo auch sehr heftig. Aber ich konnte mir das einfach nicht nehmen lassen, hier mit dem Trikot reinzusteppen. Und man muss einfach genießen, dass es beide Spieler gibt. Alles so ein Fußball-Style gehalten, aber nicht überall ist Ronaldo. So sieht das Treppenhaus aus. Sieht auch fresh aus. Jetzt bin ich aber gespannt, wie mein Zimmer aussieht, Leute. Ich, ohne Mist, ich habe nicht mal Bilder angeguckt, als ich das gebucht habe. Gar nichts. Ich wollte mich einfach überraschen lassen. Let's go. Okay. Gehen wir mal als erstes ins Badezimmer. Und wow. Leute, habe ich einfach eine Ronaldo-Autogrammkarte bekommen auf dem Bett. Seht ihr die? Wie leif es das sind? Man kann hier einfach von hier ins Schlafzimmer durchgucken. Hier ist noch eine schöne Badewanne, Digga. Oh, das ist ja endgeil. Dann kann man bestimmt den Fernseher drehen. Und hier einfach im Bad chillen. Okay, hier hinten ist die Keramik. Steht die auch noch irgendwo, Ronaldo? Nee. Oh, jetzt kommt auch die Sonne raus, Digga. Geil. So, Waschbecken. So sieht das hier folgendermaßen aus. Alter, wie geil ist denn bitte dieses Hotelzimmer? Ich freue mich schon auf die Dusche. CR7-Duschgel sogar. Pistana, Pistana. Ah, noch ein Bademantel hier. Ein CR7-Bademantel oder was? Auch noch. Steht auf ein paar Topfeln auch CR7. Ich glaube es nicht. Nee. Da hat Cristiano gespart. Sehr, sehr schönes Zimmer. Okay, jetzt ziehen wir mal ganz kurz hier die Barca-Schuhe aus. Hier mit meinem Logo von Scaf geschickt. Scaf. Ja, safe. Man kann den bestimmt drehen. Und dann kann man da im Bad chillen. Oh, das ist endgeil. Hier überall Spiegel. Jubelnde Leute. Die Lampe. Sieht echt nice aus, Digga. Also ich muss ehrlich sagen, das Hotelzimmer ist richtig schön. Oh, und wir sehen auch schon den Meereskanal da. Nice, Digga. Kann man hier mal aufmachen? Französischer Balkon. Wie geil ist dieses Hotelzimmer, bitte. Freue mich gerade ernst, Mann. Es sieht nicht mal gedruckt aus, die Unterschrift. Aber als ob Ronald hier bei jedem Gast eine originale Autogrammkarte hinschreiben würde. Ah nein, das ist einfach eine Postkarte. Jetzt check ich es. Okay, es ist doch gedruckt, Leute. Aber trotzdem richtig geiles Detail hier. Mein Name wäre aber nicht wie Scafasa, wenn ich nicht noch etwas im Petto hätte. Weil die Bettwäsche, ich glaube, da kann man noch ein bisschen was ausbessern, ne? Wir haben mal das Bett hier neu bezogen, würde ich sagen. Es hat nicht ganz geklappt, wie ich jetzt wollte, weil die Bettwäsche ein bisschen zu klein ist für die Decke. Aber auf jeden Fall, Leute, so lässt es sich schon besser schlafen hier im Ronaldo Hotel. Schreibt mal in die Kommentare, wer ist eurer Meinung nach der bessere, Messi oder Cristiano Ronaldo? Ich bin und wieder bei der Rezeption, Leute, und wir fahren jetzt nämlich ins Sporting-Lissabon-Stadion und gucken uns noch das Museum an, Leute. Da werden bestimmt auch einige Sachen von Ronaldo ausgestellt sein. Ihr wisst Bescheid, Ronaldo ist ein Jugendverein in Sporting-Lissabon. Wir sind vom Sporting-Lissabon-Stadion. Ich check es, hier ist einfach wie ein Einkaufszentrum drin, Digga. Burger King, Lidl, alles am Start, einfach im Stadion. Noch nie so ein Stadion gesehen, Digga. Sieht aus wie ein Einkaufszentrum von außen. Sieht aus wie so ein Assassine, ey. Das ist einfach der Sporting-Lissabon-Bus. Hier ist niemand. Ich bin gerade allein im Stadion. Wir sind jetzt hier schon im ersten Raum. Hier finden die Pressekonferenzen statt. Wir gehen jetzt in die Umkleidekabine. Dort darf ich aber leider nicht filmen innen. Hier ist quasi der Spielertunnel, Leute. Hier gehen die Spieler nach oben dann zum Rasen und so. Wir waren gerade eben in der Auswärtskabine. Und ja, die Auswärtsmannschaft muss wirklich durch so einen riesigen, langen, grünen Tunnel laufen, durch den wir auch gelaufen sind. Alles ist hier sehr grün gehalten und da in den Katakomben. Ich dachte, das hört nicht auf. Man muss bestimmt locker 80 Meter oder so durchlaufen durch so einen grünen Tunnel, bis man in die Kabine kommt als Auswärtsmannschaft. Hier begann Ronaldo seine Profi-Karriere, Digga. Oh, nice. Echt geiles Stadion. Holy Moly, der Rasen. Oh, ich liebe einfach Profi-Rasen. Von da unten kommen dann die Spieler hoch. Hier durch. Zack. Ich packe es immer noch nicht, dass hier einfach Burger King und so im Stadion ist. Habe ich noch nie gesehen so was. Jetzt gehen wir noch ins Museum. Mal gucken, ob da noch ein altes Trikot von Cristiano ist. Mit Sicherheit. Das war das erste Trikot von Sporting Lissabon, Leute. Sieht aus einfach wie ein Hemd, Digga. 1908. Und das war die allererste Trophäe. Oh mein Gott. Ich habe noch nie so einen Riesenpokal gesehen. Das warst du groß wie ich. Wie viele Trophäen haben die bitte? Ich finde, die sehen aus wie so Harry Potter Trophäen. Ach so, das sind schon die aktuellen Trophäen von 2018. Das ist ja nicht mehr normal, Leute. Schaut euch das an. Alles voll hier. Wow. Wow. Sieht das heftig aus. Das war glaube ich das erste Trikot von Ronaldo mit der Nummer 28. Da ist der kleine Bub. Der sieht man richtig in seinem Gesichtsausdruck, wie heftig er sich gefreut hat. Oh, der erste Spielerpass von Ronaldo. Digga, wie süß sah er bitte aus. Oder da oben. Da auch diverse Zeitungsartikel über Cristiano. So Freunde, das warst du noch schon mit der Stadion Tour. Jetzt geht es wieder zurück zum Hotel. Mal gucken, ob Ronaldo das ein oder andere geile Menü anzubieten hat. Ich habe so Kohldampf. Geile Graffitis, Mann. Wir bestellen jetzt den CR7 Burger. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich habe ihn so gefragt, was ist so typisch portugiesisch zum Trinken. Und er meint, Bier. Dann haben wir jetzt ein Bierchen bestellt, ein portugiesisches, ne? Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie portugiesisches Bier schmeckt. Richtig gut. Endlich CR7 Burger Blick. Spiegelei drauf, Digga, auf den Burger. Oh, schmackhaft, Digga. Ehrliche Meinung? Richtig geil, einfach nur. Dort an der Ecke ist das Ronaldo Hotel. Und wir sind jetzt hier bei so einem fetten Platz. Jetzt gehen wir mal Richtung Wasser. Hier sieht es überall echt nice aus. Natürlich schaffe ich jetzt nicht alles in einem Tag, aber ich glaube, dort bei der Brücke ist bestimmt auch ein richtig geiler Spot. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt wieder ins Hotelzimmer, ruhen uns ein bisschen aus. Ja, Digga. Genau. Da oben ist mein Balkon, wo ich vorhin draußen war. Ich glaube, ich lasse mir jetzt echt ein Bad einlaufen. Ich habe so lange nicht mehr gebadet. Bettwäsche ist nicht mehr drauf, weil die hat von der Größe nicht gepasst. Das war einfach nur so oft lustig für das Video. Beste Feeling nach Bad, einfach ins Bett legt. Bevor ich es vergesse, hinterlasse ich mal kurz hier eine Botschaft für die Putzfrau morgen. Schaut mal, wen ich hier habe. AJ und Atos einfach heute random am Flughafen getroffen. Richtig lustig. Was machen wir jetzt, Jungs? Ein paar Bierchen schlürfen oder was? Ja, ja. Hier sind einfach Schienen, aber die hören einfach auf. Und da hinten sind so Straßenbahnen. Das sieht aber echt nice aus. Schaut mal, Leute, was für eine heftige Location für einen Insta-Pic. Sieht ja richtig krass aus. Hier ist auch noch ein Ronaldo-Trick. Go, Leute. Wir sind wieder im CR7-Hotel. Trinken wir noch ein bisschen was. Endgeilchen mit den Lichtern und so. Ein DJ spielt auch schon. Ich kann mein Mojito. Also, Arthos. Gönnst dich ein portugiesisches Bier? Besser als das deutsche Bier? Ja, schon, ne? Schon, echt? Okay. Und AJ? Oder Daniel? Ah, ja. Also, Jungs, war schön mit euch. Ciao, ciao. Tschüss. Hau rein, Digger. Ciao. Schön, dass ich euch kennenglänz haben. Also dann, ne? Tschüss. Bye, bye. Nee, nee, ich verschlafe nicht. Okay. Ciao, ciao. Tschüss. Digger, ich bin so hart müde, man. Kann jetzt auch wieder nur vier Stunden schlafen und werde noch direkt nach München zurückfliegen. Heute den ganzen Tag gedreht hier für dieses Video in Lissabon. Echt ein geiles Hotel. Also, von mir kriegt Ronaldo auf jeden Fall fünf Sterne. Auch wenn dieses Hotel nur vier Sterne hat. In Anführungsstrichen nur. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Ciao.